Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr wisst es, ich bin kein Anlage- oder Finanzberater und ich habe natürlich keine Glaskugel vor mir stehen. Und als allererstes möchte ich wirklich ein riesen Dankeschön aussprechen für all die, die gestern zusätzlich zu unserem neuen Discord-Server übergegangen sind. Verlinkung ist unten in der Videobeschreibung. Also wirklich tausend, tausend Dank dafür, denn wir wollen wirklich zusammen mit den Admins die Qualität enorm erhöhen und bei Discord wirklich Unterkategorien machen von AMC über Kryptowährungen, über Live-Trading. Also wirklich, wir wollen da ganz, ganz groß aufbauen und ich hoffe, ihr seid dabei. Unten in der Videobeschreibung der Link dazu. Und kommen wir direkt zu AMC zu sprechen. Ja, heute Morgen war ja wirklich ein Tag, wo ich gedacht habe, soll ich jetzt heulen oder soll ich einfach mich nur totlachen über die Art und Weise, wie der Kurs heute Morgen verlaufen ist. Ich denke mal, vielen von euch ging es genauso. Es ging immer weiter, weiter, weiter bergab. Und ich musste ganz ehrlich sagen, ich war, ja schockiert würde ich nicht sagen, das ist das falsche Wort, sondern eher überrascht, dass angeblich hier um die Uhrzeit alle plötzlich verkaufen. Alle verkaufen plötzlich und der Kurs rutscht in den Keller. Ich hätte es wirklich nicht gedacht, dass man das so extrem erlebt. Aber ich bin, ja, so wie viele von euch wahrscheinlich mittlerweile so abgestumpft, dass uns das gar nicht mehr großartig, ja, interessiert, ob jetzt 5% Minus, 10% Minus oder, oder, oder. Denn wenn man dann die Performance hier sieht, wie wir uns wieder zurückgekämpft haben, ist das wirklich ordentlich. Keine Frage, die Hedgefonds haben es wieder einmal geschafft, in irgendeiner Art und Weise hier den Kurs zu drücken, haben wahrscheinlich auf dem Weg nach unten, ja, auch Geld verdient, aber sie konnten diese Performance nicht weiterhalten. Meine persönliche Meinung ist, ja, sie haben wieder sehr viel Geld verloren, sehr, 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 sehr viel Geld. Wir waren lange nicht mehr auf, oder haben lange nicht mehr so einen extremen Kurssturz gesehen. Aber was ich viel beeindruckender finde, ist die Performance, wenn, oder als wir uns zurückgekämpft haben. Denn von Minus, ich bin mir jetzt nicht sicher, 5%, 6, 7%, auf aktuell plus 0,57%, ähm, finde ich wirklich immer eine herausragende Performance a la Apes. Denn das zeigt einfach, wie stark wir sind, wie verdammt stark wir sind. Und an alle Kritiker, die es natürlich immer wieder gibt, ja, es ist Zockerei, aber es ist besser, als ins Casino zu gehen und auf Rot oder Schwarz zu setzen, denn hier stecken wirklich Fakten dahinter. Und die Hedgefonds haben bisher nicht eine Aktie, oder, ja, blöd gesagt, nicht eine Aktie die Covert, so stimmt es nicht. Aber sie haben noch nicht angefangen, hier im großen Stil zu covern. Und erst dann, wenn sie das tun, dann wird der Kurs hier richtig durch die Decke gehen. Also richtig durch die Decke gehen. Wie lange es dauert, es kann keiner beantworten, solange die Hedgefonds auf Psychospiele stehen und wirklich sagen, wir lassen mal die kleinen Apes hier noch weiter an der Stange zappeln und wir schieben das noch zwei Monate vor uns hin. Mir völlig egal. Ich hatte heute mit einem Ape kurz drüber gesprochen, sorry, dass das jetzt vielleicht ein bisschen Smalltalk ist, aber er hat gesagt, Alex, sei mal ganz ehrlich, glaubst du überhaupt noch dran? Denn wir haben jetzt seit Wochen hier so eine Seitwärtsbewegung, passiert hier überhaupt noch was? Und ganz ehrlich, diese Gedanken sind genau das, was die Hedgefonds wollen. Es ist genau das, was sie wollen. Klar, muss ich auch den einen oder anderen recht geben. Es ist schon sehr zermührend manchmal, wenn man hier wirklich Kurse sieht, die sich einfach nur in der Seitwärtsbewegung befinden, ohne großes Auf und Ab und und und. Ihr seht es hier im 6-Monats-Chart. Klar hatten wir eine starke Performance und sind immer noch in einer starken Performance. Aber wenn man sich jetzt hier anguckt, wie lange wir uns jetzt schon in dieser Seitwärtsbewegung finden, ist es natürlich schon sehr zermührend, vor allem für die, die etwas höher eingestiegen sind und vielleicht im Minus aktuell sind. Gar keine Frage, kann ich absolut verstehen. Aber ich muss nochmal dazu sagen, ich persönlich für meine Empfindende und das soll jetzt keine Kaufempfehlung sein, überhaupt nicht, spreche ich in keinem Video aus. Aber man muss sich wirklich mit diesem Thema auseinandersetzen. Das ist ein ganz wichtiges Thema und guckt nicht nur mein Video. Das bringt überhaupt nichts. Ich kann auch nicht alles hier zusammenfassen und herausfinden und 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 und. Aber wenn man so einen Kurssturz hier sieht, es ist wirklich abnormal. Und aktuell im Dollarkurs 36,95 ist ein Plus von 0,96%. Ja, Volumen 22 Millionen ist eigentlich wieder ein Witz. Das ist absolut und wenn wir auf die Short oder ja Short Volumen gucken, ist es wieder mal nicht angegeben, wie seit Tagen schon nicht mehr. Und auch wenn man heute das Darkpool Verhältnis anguckt, wir befinden uns bei 72, 73 Prozent, also wieder über 70 Prozent, man sieht es auch hier in der Grafik, es ist auch absolut gleichbleibend. Das bedeutet 70 Prozent der Aktientrades werden über den Darkpool oder laufen über den Darkpool. Es ist jeden Tag aufs Neue wirklich erschreckend, was hier oder in welcher Menge hier über den Darkpool läuft. Und unsere, ja wie soll ich sagen, hübsche Dame hat mal hier wirklich wieder absolut grandiose Arbeit geleistet. Sie hat so einen LKW-Truck irgendwo herbekommen, gemietet, hat hier Werbung drauf geschaltet. Und hier noch einer, oder ist das der gleiche? Ich weiß gar nicht, ist es ein oder zwei? Ja, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber auf jeden Fall hat sie diesen LKW vor dem Gebäude des Gerichts in Washington DC hingestellt. Also noch geiler geht es einfach nicht. Also hier Cita del Skandal, beziehungsweise Hashtag Cita del Skandal. Also diese Dame, wenn sie irgendwann mal in Deutschland ist, die kann mich gerne besuchen. Wirklich Hut ab, was sie hier alles organisiert. Ich bin beeindruckt. Und ja, in diesem Sinne muss ich auch hier nochmal dazu erwähnen, guten Morgen an alle Affen, die beschlossen haben, um 4 Uhr morgens aufzuwachen und zu verkaufen. Das ist genau dieser Kurssprung oder der Kursabfall gewesen hier um 4 Uhr US-Zeit, als alle Apes gedacht haben, ich verkaufe jetzt erstmal. Und bin ich wieder sehr beeindruckend. Und auch die Petition hier, 53.000 war das Ziel, wurde gestern erreicht, jetzt 50.000 war das Ziel, 53.850 sind wir aktuell. Also auch eine sehr starke Performance. Und es war ja heute ein großer Tag, Cita del gegen die SEC. Alle haben darauf gewartet. Was kommt dabei raus? Was werden wir davon erleben? Wird der Dark Pool geschlossen? Wird, keine Ahnung was, der Kurs auf 5 Millionen Dollar hochgehen? Viele offene Fragen. Heute war eine Gerichtsverhandlung von Cita del gegen die SEC. Und es ging im Prinzip darum, um den Hochfrequenzhandel. Was das ist, habe ich bereits schon erklärt. Da brauche ich, glaube ich, nicht mehr drauf eingehen. Und hier hat Cita del die ganze Zeit gesagt, wir wollen die Einzelhändler, also uns schützen und bla 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 und bla bla bla. Und deswegen gab es auch diese Petition. Ach hier, diese Petition. Und diese sagt halt aus, nein, das stimmt nicht und so weiter. Und ihr seht es hier, Cita del bestreitet auch, dass Börsen eine Prämie für Hochfrequenzhandel bekommen. Das ist natürlich absolut falsch. Das ist wirklich, also damit verdienen die richtig Geld. Richtig, richtig viel Geld. Und das sollte heute eben klargestellt werden. Ist es so oder ist es nicht? Die Gerichtsverhandlung ist mittlerweile vorbei. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, bis jetzt habe ich noch nicht wirklich genauere Informationen dazu gefunden. Was ist jetzt am Ende dabei rausgekommen? Da habe ich jetzt wirklich ein bisschen nachgesucht. Aber es sind alles nur so Vermutungen und so ein bisschen Halbwissner. Und ich will natürlich auch nichts Falsches übermitteln. Denn ich denke mal, bis morgen werden sehr viele Apes auch über Kommentare sich noch weiter informieren. Ihr Wissen darüber kundtun. Und dann werde ich hier wirklich morgen ein ausführlicheres Video machen. Was ist jetzt hier bei der Gerichtsverhandlung wirklich rausgekommen? Also versteht es mich bitte oder versteht mich, dass ich jetzt hier nicht großartig darüber berichten kann. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht irgendwas weiß. Und auch bei Reddit ist nichts Klares, was dabei rausgekommen ist. Aber ich glaube, es wird... Mein Bauchgefühl sagt so lala, dass nichts Positives und Negatives dabei rauskommt. Ist mir aber nicht egal. Das würde ich nicht so behaupten. Aber ich finde es alleine geil, dass Citadel überhaupt gegen die SEC vor Gericht steht. Dass sie hier Gegner sind. Und das zeigt mir einfach, dass die SEC doch vielleicht nicht ganz so verkehrt ist, was ich die ganze Zeit sage. Andererseits kann es aber auch sein, dass Citadel einfach so knallhart ist, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Dass es denen völlig egal ist. Und an Citadel Stelle wäre es mir mittlerweile auch egal, wenn ich wüsste, dass ich hier gegen Leute kämpfe, wo ich mich vielleicht doch tatsächlich total getäuscht habe. Mit so einer Community und mit so einer Reichweite, die hier so extremst einen Kurs oder die Leerverkäufe stoppen können. Und das finde ich einfach großartig. Muss ich einfach nochmal sagen. Und dann freue ich mich auf jeden Fall morgen auf ein ausführlicheres Video. Und bis dahin würde es mich auf jeden Fall riesig freuen, Daumen nach oben zu bekommen, ein Abo und dann bis morgen.